So, hallo, da bin ich wieder. Und ja, weiß ich noch irgendwas? Ich weiß nur, ich habe jetzt mal eingekauft, damit ich hier weiterkomme. So, wir schauen mal ganz kurz, ähm, warte mal. Ach, hier unten, genau. Ähm, das da. Aufträge. Erkundet ihr, äh, das habe ich noch nicht. Ah, ja, das geht noch nicht, oder? Nächsten Tag, genau. Finde. Aber das habe ich, ah, hier sind die Handschuhe, ne? Okay. Ja. Geht erst morgen. Das geht noch nicht. Das machen wir erst mal nicht. Ja, komm, wir fragen mal den Kuno. Mal schauen, was ist das? Handel? Da müssen wir eigentlich nichts machen, ne? Oh, das ist, ach Gott, Hilfe, ich habe den vergessen. Der ist so furchtbar. Ich glaube, wir versuchen noch mal mit dem Kuno zu reden, weil jetzt bin ich ja wirklich stabil. Behaupte ich jetzt mal. So stabil, wie ich halt eben sein kann. Ist der überhaupt noch da, ja. Ich glaube, wir brauchen das. Du hast schon eine gute Show erinnert. Ein Kibs kam bei und komplett f***t den Kuchen zu püßen. Aha. Kunöse. Schade, das hätte ich gern gesehen. Also, ich habe ein paar Fragen. Genau. Fähigkeitspunkte in Empathie. Kunö, ich habe deinen Schuppen gefunden. Hm. Können wir erstmal darüber reden. Genau. Pig, das ist der Vergangenheit. Du und Kunö und jetzt... Wir sprechen darüber, wie Sie öffnen die Schuppen des Schuppen des Schuppen des Kuno. Und dann, was? Und dann, was? Du, 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 du! Du, 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 Kuno! Was ist der König? Er versucht, dich wieder zu tun, Kunö! Mhm. Oh, da! Kuno decapitate Pigs. Das ist nur ein Kuno-Demo-Tip. Wolltest du mir damit vielleicht eine Botschaft vermitteln? Ja, zu den beiden von dir. Was ist mit den Pulverrückständen? Er ist komplett auf Droge. Alter, und ich bin selbst so drauf, dass ich das jetzt auch haben will. Was ist mit der Magnesolam-Tube, Kuno? Was ist mit der Magnesolam-Tip? Was ist mit der Magnesolam-Tip? Du könntest benutzen. Ja, es ist der Magnesolam-Tip. Du brauchst das Scheiße, um auf dem Spiel zu bleiben. Kuno geht durch wie ein Tupi ein Tag. Rippt Magnesolam-Tip wie ein Motherfucker. Und du könntest eine Barrelse benutzen. Du hast ihn nicht, Kuno. Er wird es gegen dich benutzen, Kuno. Komm schon, es ist nur Magnesium. Mach keine große Sache draus. Das ist kein Magnesium. Magnesium. Ach, bin ich so doof. Ähm, warte mal. Alles okay, ne, genau. Okay nochmal. Ende. Jetzt guck ich doch mal. Warte mal. Das ist voll der Quatsch. So, dann gehen wir mal da hin. Und dann gucken wir mal Empathie. Wir haben doch noch, ja klar. Okay. Wie viele Punkte haben wir noch? Was? Keine Ahnung. Gut. Aha. Kann ich nicht. Gut, okay. So, nochmal. Oh, immer noch. Ich weiß doch, was mit dem los ist. Jetzt mach mal. Wir versuchen es trotzdem. Ich weiß doch, was mit dem los ist. Ich weiß doch, was mit dem los ist. Jetzt mach mal. Wir versuchen es trotzdem. Okay. Okay. Immerhin. Ich glaub, ich hab die... Wie soll ich denn das rausfinden? Ich weiß, dass der auf Droge ist. Ich weiß, dass der Trash-Kontainer steht in der Spring-Snow. Der Schmell der roten Essen riecht, um dich zu begrüßen. Du siehst sogge Kartons, dörte Rags und organische Waste. Hm. Nee, komm. Lass. Kann ich mit dir reden. Ach, Quatsch. Nein, ja. Genau. Bringt also nichts. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Bis wir nicht rausgefunden haben. Wir müssen nochmal zurück zur Fischerhütte. Was haben wir hier? Ja. Ja, hab ich doch. Macht er nicht. Oder? Warte. Nee, Quatsch. Gerade ist der hier, ne? Er da hinten. Kann ich dir helfen? Was ist denn das Ding? Das ist keine große Sache. Ich dachte nur, er würde an der Wand hübsch aussehen. Die Art von Bull bin ich halt. Aha. Entschuldigung. Oh Gott. Ich mach weiter. Es wäre egal. Ich war ein Karussell. Alter. Ich kann es auf der Plakke fixen und ein neues Pferd in der Verstattung haben, ich glaube. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich gehe mit Danke. Ich fühle mich gut über unser Arbeit hier heute. Es ist alles über die kleinen Dinge, wie Menschen random Sachen an den E-Mails. Es ist so schön. Ja. Anderen Leuten ausgeschopfte Vögel bringen. Das ist wichtig. Es ist nicht eigentlich über das. Aber er liebt es. Nee, ich will aber mit ihm noch reden. Hey. War da etwas, was du brauchst? Eine andere Sache. Great. Ich liebe diese. Nein. Nein. Oh, ja. Das Tür. Sicher. Es ist nichts mysteriös. Ja. Ja. Hä? Aber ich soll ihn doch fragen. Warum geht das nicht? Das kann eine Weile. Nee, das ist es nicht, ne? Ach, das habe ich schon. Genau. So. Aber das geht ja nicht, ne? Das will ich auch jetzt im Moment noch nicht. Ja, genau. Wir müssen zum Dorf. Ich muss raus, oder? So. Können wir jetzt Schnellreisen machen? Ja. Aber nicht so. Hallo. Ähm. Fupp. Karte. Jetzt geht es, oder? Hier. Hier herreisen. Was ist das? Das haben wir. Die Handschuhe haben wir auch. Ja, das ist relativ gut. Ist ja egal, was das ist. Willkommen in der Fischenvillage. Bitte lehnt sich näher. Ich habe Katarraks. Aber wie weiß sie, dass du hier bist? Willkommen in der Fischenvillage. Willkommen in der Fischenvillage. Ich frage die Trauer noch mal. Ich frage die Trauer nochmal. Das klingt alles so bitter. Ja. Oh, eine Menge Leute. Meine Kinder sind lange weg, suchen sie für Schäden, so sind die anderen. Und schau mir an Rambelon, was bringt ihr uns? Ich frage mal erstmal das. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Das ist meine kleine Zindelblock. Ich weiß, was passiert hier. Sie ist ein Wiesel. Sie weiß etwas. Es gab einen Mörder in Martinazen. Sie vielleicht ein Suspekt. Wir begrüßen Ihre Hilfe. Würdest du jetzt? Ich weiß, wie diese Welt funktioniert. Und es funktioniert nicht, wenn die Leute sich sagen. Sie sind auf jeden anderen. Okay, wir helfen dir, oder? Ja. Nein, es ist nicht so wie dieser Mann. Mit ihm haben wir dich. Jetzt, du bist nur bei dir selbst. Wie eine Räufe, die auf der Fensterfläche. Es gibt nicht viel zu sagen. Die Leute kommen und gehen. Jetzt, war es noch etwas anderes? Okay. Ja, ich will noch etwas. Ich sehe dich, Herr. Ich hoffe, dass du nicht mindest, wenn wir rundherum schauen. Ruby war hier. Du kennst es. Ist das? Die meisten Leute hier versuchen, zu leben. Das habe ich ja schon mal probiert, ne? Das gesagt. Wenn Lodgings ist, was du willst, habe ich eine Freie in der Schack. Ich will nicht für dich. Ich will nicht für dich. Take es als ein Gesture von Gutwill von der Kirche nach dem RCM. Keine Frau. Keine Frau. Keine Frau. Keine Frau. Wenn du nicht in der Hohstelle in der Morgen bist, ich weiß, woher dich finden. Hier. In der Schack. Mhm. Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. This is pretty much a known place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless sharks on a nameless street. The place is so pornographically poor, it's not even funny. Mhm. 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 Okay. And then there's the drinks. Not a pretty sight. But there's little we can do about it. Home is home. Even for them. Was für ein Trinker? Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Mhm. The lack of wealth is the one thing we've got in abundance. Mhm. Ja. Armut haben wir hier. Oder den Mangel an Vermögen ist das einzige, was wir hier im Überfluss haben. Mhm. Cool, cynical smile. Rados. Fits with the general ambiance. Richtig. Aye. Sometimes, it's as though I'm also gotten lost inside this nameless nothing. Ich auch. Oh. It seems to be a common theme these days. Mhm. Isn't that what people always think when they are lost? Something I can do for you to find your way, officer? Mhm. Over there, you can find more of the same. Sharks and trees growing wild. That's the pox. That's. An old military hospital and its surroundings. Oh, it used to be, during the time of the suzerain. Mhm. After the war, it was turned into a goodwill hospital for shell shock veterans and folks looking for some quiet in the old sanatorium gardens. Now the area is crisscross with nameless streets. And makeshift cinderblock houses. Sharks as far as the eye can see. Was is in Krankenhaus geworden? The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Mhm. Mhm. She nods, rinsing another piece of cloth. Not much. Where is the abandoned church? The DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time even. And why? Some things just don't fly, officer. Look at me. Who would go to church here? We built it 300 years ago. It must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The ecclesiastes? Keine Gottesdienste? No. We've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. Noch was? Before you get to the church, there are some ruins. An apartment complex or some kind of electrical plant. Run down bunch of houses. What is it now? Wohnung or electric? I don't know exactly. I don't know exactly.